Willkommen zurück bei Manni und Hermann auf der Baustelle. Nachdem die beiden letztes Mal den Abriss der Dachpfannen und Latten gezeigt haben, beginnt heute der neue Dachaufbau. Es geht heute um das Verlegen der Unterspannbahn und den Aufbringen der Konterlatten. Ja, im hinteren Teil mussten wir ja nicht mehr dämmen. Da war ja die alte Dämmung noch drin. Da sind wir gleich bei den Namen, die Folie und Konterlatten drauf gemacht. Die Dachbahn legen Manni und Hermann direkt auf die Dachsparren und die Isolierung. Befestigt werden sie erst mit einem Tacker und dann mit kurzen Dachlatten als Konterlattung auf den Dachsparren. Hier wird unten begonnen und horizontal ausgerollt. Jede Lage überlappt und wird mit der darunter verklebt. Wir haben ja solche Klebestreifen drauf. Da muss man immer aufpassen, weil wir die Folie drauflegen, dass sie auch anstrengend wieder verklebt wird. Dass man immer darauf achtet, wie oben wir die haben. Im Bereich der Gaube wird vorher noch eine Bahn in der Kehle entlang gelegt, um sicherzugehen, dass hier nachher alles dicht ist. Normalerweise kommt zwischen dieser Konterlattung und dieser Folie ein Nageldichtband. Dieses Nagelband klebst du auf die Konterlatte drauf und dann hast du da die Gewährleistung, dass es auch wirklich dicht ist. Aber da unter den Dachziegeln so gut wie kein Wasser höchstens mal bei Schneeträumen hinkommt, wird eigentlich fast jeder Handwerker sagen, das kannst du auch sein lassen. Nö, braucht man auch nicht. Jetzt werden Dachlatten im 90-Grad-Winkel auf die Konterlattung provisorisch genagelt, sodass man darauf stehen kann und nicht abrutscht. So kann man auch im oberen Teil des Daches die Folie verlegen und sich das Dach hocharbeiten. Das ist ja nur, dass man da drauf stehen konnte, dass man die Folie drauf kriegt. Die Folie hat eine Höhe von 1,30 Meter. Also muss ich ja nochmal eine Querverlattung haben, um dann wieder eine Stufe höher, dass wir da stehen können. Dass man die Folie dann wieder verarbeiten kann. Da man nicht das ganze Dach auf einmal schafft, arbeiten die beiden sich abschnittsweise vor. Ich werde mit so wenigen Leuten, die eine ganze Fläche gar nicht bewältigen können innerhalb von ein, zwei Tagen. Dann war die Gefahr zu groß, wenn es dann doch regnen sollte, dass dann alles im Innen nass wird. Das ist ein Feenhaus. Und ein Feenhaus sollte man nicht eine Hälfte, weil das auf dem einen Ständerwerk steht, nicht eine Seite abdecken. Nicht, dass der Dachstuhl dann verrutscht oder sich etwas verzieht. Dass wir den Gleichgewicht so ein bisschen vom Dachstuhl behalten. Im Vorderhaus, wo Elfriede wohnt, muss teilweise neu isoliert werden. Bei Elfriede vorne war ja im Prinzip, weil das ja schon von früher her ausgebaut war, so gut wie keine Isolierung drin. Beziehungsweise eine schadhafte Isolierung. Deswegen haben wir die ganze Isolierung da rausgenommen. Das heißt zusätzlich Dämmen und dann die Folie und die Kontralatten drauf. Und was Hermann vergessen hat, bevor die Isolierung reinkommt, kommt natürlich erst die Dampfsperre rein. Stimmt. Das wollte ich eben richtig stellen. Manni kümmert sich um die Verlegung einer Dampfsperre, während Hermann die Isolierung passend zuschneidet. Die Dampfsperre soll dafür sorgen, dass möglichst keine Feuchtigkeit aus dem Haus in die Isolierung gelangt. Die sind ja 1,20 Meter mal 5 Meter Länge sind die, glaube ich. Und dann schneidest du die dann auf, wie du die dann haben möchtest. Wo die dann zwischen die Sparen reingesetzt. Sparenbreite ist nicht immer gleich. Das war mal ein Zwischenmaß, das so 81 hatten wir mal zwischen. Oder 70, das ist immer unterschiedlich gewesen. Normalerweise muss das immer passen. Der Mann ist ja immer am Nörgeln. Hermann, Hermann, ich muss den mal hochdrehen, die Pugel da bitte. Das ist nämlich nicht so, sondern so. Hermann, aber ich habe jetzt das berechnet, dass ich nörgeln muss. Aber wie wäre das nicht so weh? Man, nörgeln ist das auch nicht. Hermann, bist vorsichtig. Das ist Manfreds Art, ist das so ein bisschen. Aber nun, ich kann damit umgehen. Ja, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Das ist eben so. Dann hätten wir den Spaß auch nicht gehabt. Den Spaßfaktor wäre dann weg. Ja, hat er recht. Danach wird auch hier die wasserdichte Dachspannbahn verlegt. Hermann soll von der Hebebühne aus arbeiten, denn Manni meint, so geht es besser. Wir werden die Hebebühne vorne, um die Arbeiter zu vereinfachen, weil wir da vorne kein Gerüst stehen hatten. Aber Hermann scheint nicht so ganz von der Stabilität der Hebebühne überzeugt zu sein. Wir werden die Hebebühne anschauen. Wir werden die Hebebühne anschauen. Wir werden die One of die Hebebühneして skinneren. Wir werden die Jäuerstin verlassen die Paaren mit einem Entdeckchen culturally geIZt. dass es für diesen Stuhl ist, mit dem Ding sofort zu staunen. Der hätte höher kommen müssen, um das besser abbauen zu können. Dem war aber ja nicht so. Hermann, du hast unten gelebt. Ne, mit dem sowieso nicht. Ja, aber du musst doch mit dich staunen, oder nicht? Wolltest du mich jetzt verarschen? Ich blieb jetzt so staunen. Geh mir das Ding hier. Also wir haben so optimale Hilfsmittel, haben die, und können da nicht mit arbeiten. Die Hebelbühne war kaputt. Irgendwas war damit. Kein Kommentar. Ich glaube, Hermann hat ein bisschen Höhenangst. Nein. Würde ich mal sagen. Weiß ich auch nicht. Geht auch Vollstaunen hier. Heute hörst du den Vollstaunen? Hey, voll, hier hab ich gedruckt. Ja, weißt du, wie weit hier? Bist du gut? Latte, zack, zack. Ich muss alles selber machen. Bei mir ist das immer so, bei mir muss es immer recht schnell gehen. Ich bin keiner, der da lange rumfackelt. Wir können uns gerne hinsetzen. Wir können auch stehen zu kauen, da ist alles kein Ding. Aber wenn wir am Arbeiten sind, dann möchte ich auch, dass gearbeitet wird. Ist die Folie ausgerollt und befestigt, wird sie auch noch mit der vorherigen Bahn verklebt. Manni achtet darauf, dass die Überlappung im Bereich eines Dachsparen liegt. Aber nur, dass die Stöße eben anständig abgeklebt werden, dass da kein Wasser so gesehen durchgeht. Wir haben sicherlich das eine oder andere Loch, was da reingeschlagen worden ist. Auch von mir, nicht nur von anderen. Ja, haben wir natürlich auch damit abgedichtet. Das Gelbe ist normalerweise für innen gedacht. Was? Wir haben das falsch gemacht? Nein, 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 nein. Kannst du auch noch nicht sagen. Es ist vollkommen ausreichend für draußen. Das Gelbe ist eigentlich im Prinzip, war das für den Innenbereich gedacht für die Dampfsperre, um die zu verkleben. Eben weil wir ja gestückelt haben, haben wir immer nur diese Überlappung, habe ich eigentlich im Prinzip nur festgeklebt. Damit das nicht so rumflattert. Ich habe die Ebelbühne hauptsächlich gehabt, oder hatten wir, für die Folie besser zu halten und stramm zu halten. Ja, ich habe ihn hier. Ja, mit A und Krach, dann immer so an der Seite noch. Kommt, wenn man so kurze Arme hat. Was, Hermann? Ja, ja. Oder die Ebelbühne war zu kurz, ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Ah, dir fehlt niemand einen Zentimeter, ne? Ja, ja, ja. Natürlich, geht viel, aber ich meine, ich wäre ja besser in der Position, weißt du. So. Man kann auch nur so arbeiten. Finde ich. Ich habe hier nur eine Schwierigkeit, mit rechten Mitarbeitern zu finden. Ja, aber die auch nicht, weil die auch nicht nur rollen. Körbi? Ja. Warum bist du noch nicht oben und nagelsweig? Ja. So ein Dachumbau kann schon mal ganz schön teuer werden und deshalb will Manni jeden Cent sparen. Hier. Den hast du doch aus den alten Lacken wieder rausgehoben. Ja, genau. Geist ist geil. Ich schmeiße immer gleich alles weg. Ich denke, wenn das dann machbar ist, dann kann man den auch gut wieder gerade kloppen und dann nimmt man ihn wieder weiter und gut ist. Das sind Centbeträge, sag ich mal so, ne? Wenn du als Bau her, achtet man da drauf, dass man, sag ich mal, jeden Cent sparen würde, ne? Früher wurde immer alles aufgehoben. Das wurde in den Schubladen gepackt, sieht man hier auch ja noch. Dann hat man immer was gehabt. Heute geht man nur noch in den Baumarkt und hauptsicht hat. Fertig. Vorsicht Finger! Ganz rein. Hast du nicht? Die ganze Giebel wackelt. Ich quill mich. Manni und Hermann haben heute wieder einiges geschafft. Und so geht es nächstes Mal weiter. Ja, das Einmessen vom Dach, sodass wir die Lattenmaße für Pfannen haben. Man kriegt sie dazu haben. Ich darf da nichts tun. Und dann nimmst du ja da nichts. Wenn ihr kein Video der beiden verpassen wollt, abonniert jetzt den Kanal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Krumme Nägel würde ich heute nicht mehr aufheben. Nein. Also Hermann, Klappe rollen. Du hast das anleiert, Hermann. Du hast Hülschrot. Ich hab das anleiert. Deine Overallâter Geräusche. Weitere Geräusche